Ich habe heute die interessante Nachricht bekommen, wie das überhaupt ist bei mir, dass ich erfolgreich werde. Und das kann ich ganz einfach beantworten, indem du nicht auf dumme Gedanken kommst. Wenn dir zum Beispiel langweilig ist, dann musst du dir die Frage stellen, warum ist dir langweilig? Ich als Antwortgeber kann dir sagen, wenn mir langweilig wird, das ist eigentlich nie der Fall, weil ich mich immer mit Sachen auseinandersetze, wo ich mit weiterkomme, wo ich ein Potenzial sehe und mich noch weiterverwirklichen kann, verbessern oder wie auch immer. Und das solltest du auch machen, wenn es dir wichtig ist, in deiner Situation noch eine Schippe obendrauf zu schlagen und wo du merkst, ich kann noch mehr, weil du kommst nur auf dumme Gedanken, wenn du nicht daran arbeitest, wenn du dir nicht vor Augen führst, was ist das Erfolgsrezept für dich, wo du weißt, ich möchte da und da hinkommen, als Beispiel von Punkt A nach Punkt B, wie komme ich da am einfachsten hin? Und das schaffst du, indem du dir die Punkte zurechtlegst, die du schon hast und sagst dir auf der anderen Seite, was muss ich da noch für machen, was muss ich da für verwirklichen? Und du merkst automatisch, Stück für Stück kommst du da immer mehr hin. Und das ist die Antwort darauf, wie du in deinem Leben erfolgreich wirst, indem du dich nur auf die Themen konzentrierst, wo du sagst, das macht dir Spaß, weil du dich da auch selber verwirklichen kannst und hast auch die Energie und den Mumm dazu, dir diese Antworten nach und nach zu geben. Und wenn du wirklich das möchtest, dann schaffst du das auch. Ich habe als Beispiel damals am 1. Februar angefangen, diese Videos zu veröffentlichen, habe sie auch bis heute durchgehalten und ich habe es einfach gemacht. Also, wenn du das auch möchtest, verwirkliche dich in diesem Sinne, denke an meine Worte und bis dann!